Palazzo ist wieder Lebensfreude pur. Das zeigen wir ja auch in unserem Motto. Das haben wir vor zwei Jahren mal angefangen. It's a beautiful day. Walking on sunshine. Dieses Jahr Viva la Vida. Das ist das, was wir im Grunde genommen unseren Gästen präsentieren möchten. Ich lasse fröhlich nach Hause gehen. Und einen riesen, einen tollen Abend erlebt haben, in dem sie viel gelacht haben, in dem sie den Alltag einfach mal vergessen haben. Und wo sie einfach das Gefühl haben, hier habe ich was ganz, ganz Tolles, Außergewöhnliches erlebt. Das ist für uns Palazzo. Musik Musik Ja, im Prinzip ein Gesamtkunstwerk. Wir haben ein fantastisches Menü von Harald Wohlfahrt, vier Gänge. Es gibt eine fantastische Show, tolle Künstler. Wir haben ein Ensemble mit zehn Tänzerinnen, die mit nagelneuen Kostümen hier antreten werden. Also wir sind überzeugt, da wird jeder Spaß haben. Es gibt viele neue Plätze, die wir geschaffen haben für einen ganz günstigen Einstieg, 69 Euro. Es gibt viele neue Elemente, die wir hier geschaffen haben, mit neuen Bühnen, neuen Übergängen. Also ganz tolle Erlebnisse, auch wenn jemand im letzten Jahr schon mal da war, wieder ein neues Erlebnis haben und darauf kommt es an.